Hallo, mein Name ist Nina. Ich bin Jugendarbeiterin im 14. Bezirk. Wien ist eine tolle Stadt, aber es gibt immer etwas zu verbessern. Besonders junge Leute haben immer konkrete und kreative Ideen für Neues. Sie brauchen nur eine Möglichkeit, von der Politik gehört zu werden. Das weiß ich, weil ich schon selbst erlebt habe, wie Ideen von Jugendlichen Wirklichkeit werden. Das nennen wir Mitbestimmung. Diese Plattform gibt dir die Möglichkeit, deine Stadt mitzugestalten. Nutze sie. Danke.